der ein habe ich so habe ich hier rechts rechts der ist da und der ist da und yo was geht ab jahren wieder ein gameplay auf ashika island ich finde die map mega mega cool es sind auf jeden fall viele fehler aber ich hoffe die werden alle behebt ihr kennt es wahrscheinlich alle wenn ihr teammates haben die reden wie roboter hört sich das einfach an und sagt mir ob ihr auch teammates haben die haram headsets haben und ihr einfach nichts versteht und ihr immer alles irgendwie erraten müsst ja lasst ein like da kommentiert das ganze genau was ihr denkt abonniert den kanal wenn ihr es noch nicht gemacht hat vielen vielen dank für den support wir wachsen und wachsen mit euch mega mega cool schaut auch auf twitch vorbei unter so 20 ist immer jeden tag täglich wenn ihr mitspielen wollt wenn ihr einfach nur abhängen wollt wenn ihr quatschen wollt wird mich sehr freuen viel spaß beim gameplay und bis zum nächsten mal heit hat krass viel damit verdient mit diesen datengeschichten richtig krass ist jemand gelandet bei uns oder warum schießt er wenn man mal die team mit warte mal schmeißt den scheiß ein einfach wo ist denn die oben oder was ist immer gut so was haben wir noch haben wir alles wäre hier ist was machen die jungs die so spielen die das spiel sein team jetzt direkt hoch nico da ist jemand pass auf und er tötet mich gleich one shot genau und er tötet mich gleich one shot genau ich nehme gleich die heli und fliege in den kopf rein du bis gesicht mit dem heli soll ich da rein fliegen niederlande dann über uns ja ich werde ganz angeschossen schon diesen baus auf unser dach ja bei mir ist jemand der push uns glaube ich jetzt ja der ist irgendwo kommt er hoch wie siehst du nicht jeden schoss train jeden schoss habe ich ihm gegeben mit einer fennig auf ein meter und er stirbt immer noch nicht im garten das mal teil reingezogen das teich voll dreckig machst du selber machst du das selber oder was ich weiß packt es gerade kein problem jeden schuss habe ich ihn gerade gegeben diesen piss gesicht er stirbt nicht jeden schuss jeden schuss hat man doch gerade gesehen mia zu platten zwei shot ganze alter wie konnte er mit mich umbringen train der typ da vorne ich habe ihn verfickte scheiße mit eine fennig auf der distanz ich verstehe es nicht macht keinen sinn aber ich bin jetzt was wir mir wo ist das haus gewesen da vorne frisst diese scheiße ich weiß dass du da drin ich weiß dass du drin jetzt werden wir es hoffentlich du piss gesicht da drin ich weiß dass du da kämpf einmal kämpfer die waffen die rumliegen sind auch alle scheiße hier finde ich natürlich auf dem dach wo sonst du kannst sie auch nicht du kannst du ja auch nicht von ihr töten kannst du jetzt nicht mal platten holen so laut guck mal du hörst nichts wenn jetzt gegner kommen weil alles zu laut ist ich kann aber die kinder mit bomben drohnen holen sind immer noch da oben drin oder hat ich geht es mit bomben drohnen da rein oder ich fliege da hoch warte unten ja und oben und jetzt machte sie nur die verstecken sich da drinnen die verstecken sich einfach da drinnen doch verstecken sich immer noch da drinnen schon auf dem dach deiner chill break komplett aber bringt ja nichts ich geh jetzt da rein ich habe keinen bock ist mir jetzt wurscht was mit wasserraten ich werde wahrscheinlich sterben aber ist mir egal gleich nach oben zu pushen man hört sie über uns die hundekinder wahrscheinlich noch claim überall aufgestellt dann noch konnte drohen überall hingestellt haben die teammates die ein habe ich kind alter wie er kämpft schon wie sie da drin gekämpft haben die aber alle tot ich glaube der teammate hat sie oder wie kommt man da hoch überhaupt wenn ich hier diese scheiß treppe die die hier oder so abschauen schon habe ich wirklich hier gekämpft wo der nicht gekämpft ja moin ich kann ich die waffe nehmen schau mal die haben hier eiskalt gekämpft oh man wo hinten sind welche ja was ich will nur kurz noch immer das pech mit der zöne ne schau claymo ist hingelegt schau sie an schau sie an wie sie gespielt haben man von wo schießen die links ganz weit links ah da ich will einfach rechts die werden gleich hier kommen die werden gleich hier kommen da die waffe ist so schlecht eingestellt oh mein gott was ist denn das für eine schmutzwaffe warte unser laut wer hier gern wucht hat dich ne ich sehe ihn nicht aber ich bin tot über diese ich habe keine platten ja ich bin tot schau schau sie schießen von überall so ich brauche plattenmann ich habe keine einzige platte wir müssen die wir müssen irgendwelche töten von denen dann geh mal wie pushen die jetzt kommen was soll man sonst machen sonst sind wir eingequetscht was mich links da wir noch von links angeschossen ich habe keine plates wir werden jetzt gleich von rechts kommen weiter ich werde angeschaut angeschaut von der links ich habe keine platten ich habe schon wieder angeschaut bei dir irgendwo warte ich habe keine platten eine einzige platte ja moin ich muss gerade voll auf platten zu spielen mörser warte mal was ich habe noch mörser danke dir wir haben so viel geld aber keine platten vieles vielleicht platten vor uns war da was nein gehen soll ich da mörser nicht mehr so da rein da kommen wir so rein schaut dass wir nicht von rechts gepusht werden ja halt dann meine waffe hat aber ich weg schon mal schau schau diese spieler ich will doch gar nicht meine spiel alter jetzt habe ich nicht meine muni sogar weg und dieses spiel ist so schmutz du willst irgendwas auf ihm lebst ist immer das falsche auf wir haben das getroffen rechts irgendjemand springt bei uns bei uns bringt jemand nicht dass sie von links angeschossen werden hinter uns ist gegner oder was warum markierte da oder was ist immer noch da vorne versteckt sich dann ganz hinten ist er tot er ist tot er ist tot er ist tot er ist tot der typ als ich es liegt so viel zeug und die schauen mich ganz seit an von rechts und wo schauen die mich an von da irgendwo wo ist er da okay wir haben aber so und warte mal er schaut mich ganz seit von da an der typ da vorne ich sehe nicht aber da ist jemand da wo ich habe hier diese scheiß kisten können wir die auf die sind so laut ich höre die kisten vielleicht finden wir dann mörser schlag noch mal let's go drohen raus ich habe noch mörser ich habe kein muni für ganzen scheiß was ist bei dem geht bei den teammates doch wo bei dem geht bei dem mate habe ich hätte von recht 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 lande team hat von rechts angeschaut über uns über uns über uns über uns 100 prozent 100 prozent er ist hier er ist über uns siehst du es ist genau über uns ich weiß noch nicht wie man da hoch kommt aber ist genau über uns der pisse solche mörsern habe ich sehr schön von 224 jemand er ist reingegangen ist hier drin in den haus in dem habe ich habe ich habe ich habe ich was für ein typ du hast noch drohne oder ich werde recht angeschaut rechts 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 warte wo ich mörser da rein warte da hab 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 jetzt wird kommt der mörser rein da oder wo ich mal gemörsert habe ich habe noch ein dreckbares radar ja ich habe einen schild break schild break der ist tot oben 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 da das schild bräckig hier rechts rechts der ist da und der ist da und über uns über uns über uns warte ich muss platten geben er ist über uns wo ist denn da ich wurde aber von oben angeschossen sehr schön sehr schön ich habe noch rauch warte die sind bei diesen genau neben uns da da hier und rechts davon auch nicht ob es auf rechts um gut ich muss kurz platten ja keine platten mehr ja moin warte ich noch platten ich habe keine platten gibt mir wenigstens eine platte ich hatte ich schaue an der seite warte ich schaue rechts ich bleibe warte ich schaue rechts nicht dass sie rechts buschen ich schaue hier ist es solo nur noch einer im wasser wahrscheinlich im wasser ja bei mir bei mir bei mir bei mir easy sehr schön hast du függen